2010 haben wir in sehr guter Erinnerung. Der Lausitzring ist eine fantastische Stimmung. Die Location mit den Zuschauern genau vor den Hangars ist der Wahnsinn, das haben wir sonst nirgends und wir fühlen uns alle sehr wohl hier. Das ist ein Red Bull Air Race Rennpylon. Das sind die Tore, um die Diploten beim Rennpylon mit dem Red Bull Air Race rumfliegen zu müssen. Flop! Sobald der Pylon von einem Flugzeug getroffen wird, egal ob es groß oder klein ist, ist der Pylon innerhalb von 10 bis 15 Sekunden am Boden. Das heißt, wenn der Pilot zur zweiten Runde antritt, dann ist der Bylon auf keinen Fall in seinem Weg. Sobald auf Astronaut Untertitelung des ZDF, 2020